Hallo und willkommen zu Colonization. The Authentic Colonization. Was ist das Ganze? Also Colonization, das ist ein Spiel, bei dem man Amerika oder einen beliebigen Kontinent, wenn man eine andere Karte als Amerika nimmt, besiedeln muss und letzten Endes sich unabhängig erklären von seinem Heimatland, weil der ein Arsch ist und so. Kennst du ja. Und zwar spiele ich das Ganze nicht in der Vanilla-Version, also nicht in der Original-Version, sondern mit einer sehr geilen Mod, wie ich finde. Und zwar nennt sich diese Mod The Authentic Colonization bzw. auch Tag Mod. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber... Achso, The Authentic Colonization. Macht Sinn, ne? Weiß. Ähm... Ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ähm... Szenario und... Was würde ich da nehmen? Ich finde ja so Nordamerika, finde ich eigentlich ganz geil, deswegen nehme ich die Nordwest-Passage. Das ist hier als kleine Karte gelistet, was aber eigentlich nicht so klein ist. Also meiner Meinung nach. Ich finde das völlig okay. Weiß auch gar nicht, wie viele Gegner dann da sind. Ähm... Ja, einfach mal okay. So, dann haben wir hier meinen Namen. Savi, das ändern wir mal. Ip. So. Dann müssen wir uns natürlich noch ein Land aussuchen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das jetzt in der Ansicht ist. Ähm... Wen nehme ich denn da? Ipipip. Ich nehme eigentlich ganz gerne die Spanier. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ähm... Hernan Cortes war das vielleicht? Oder war das der Typ? Ich glaube, das war... Scheiße. Äh... Ich glaube, das war der. Spanien... Schwierigkeit ist... Kundschafter. Und... KI scheint es auch ein paar zu geben. Die Siegbedingungen lasse ich einfach mal alle so. Und... Unabhängigkeit, Vorherrschaft... Vorherrschaft ist, glaube ich, wenn man... 60% von der Landmasse hat oder so. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Deswegen werde ich versuchen, die Unabhängigkeit zu erklären. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Den Ladebildschirm will ich überspringen. So, da sind wir auch schon. Und zwar kommen hier andauernd diese kleinen Einblendungen da. Traum von Ruhm und Glorie. Da das so viele sind und das eigentlich ziemlich... Ziemlich viel vom Gameplay wegnehmen würde, werde ich das nicht alles vorlesen. Aber ich werde es immer so ganz langsam runterscreen, dass ihr das posieren und selber lesen könnt, wenn ihr wollt. So. So, das sind wir. Ich glaube, das ist der Typ... Ich glaube, das ist der falsche Typ, aber egal. Ähm... Ja, die Anführer haben immer so eine spezielle Fähigkeit... Spezielle Fähigkeiten, die sie... Also die... Das Land quasi... Also die Kolonie quasi besonders machen. Weiß jetzt nicht auswendig, was das hier für eine Fähigkeit hat, aber... Das werde ich wahrscheinlich in der zweiten Folge wissen, weil ich das nochmal nachschauen werde. Und wir haben direkt Land gefunden. Eine neue Welt. Na, könnt ihr euch durchlesen. Und ich werde auch nicht großartig erklären, wie das jetzt alles abläuft. Ich meine, das sollte sich eigentlich alles relativ von selbst erklären. Zumindest... Zumindest... Ähm... Auf diesem Feld hier dann... Da steht vier und so ein Bizeps. Yeah. Und... Wir haben Wilde getroffen. Also Indianer. Entschuldigung. Oder Native Americans, wie es ja zur Zeit heißt. Wollen ja politisch korrekt bleiben und so. Und zwar... Haben wir jetzt hier auch einen Schatz bekommen. Mit dem Wert 522. Mit dem können wir zur Zeit aber noch nichts anfangen, weil der kann nicht auf dieses Schiff... Den kann man nur mit einer Galeone transportieren. Ähm... Und ich würde sagen, wir siedeln uns auch hier dann relativ bald auch schon an. Moment mal. Ich glaube, ich habe gerade ein Flashback. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren schon mal ein Colonization-Let's Play gemacht. Indem ich auch... Nord-West-Passage, glaube ich, gespielt habe. Und ich glaube, da war ich auf der Insel. Das werden wir uns gleich ein bisschen näher anschauen. Aber erst mal noch ein bisschen erkunden. So. Hier sind übrigens auf den Feldern immer solche Ressourcen, die dann spezielle Boni beim Abbau geben. Zum Beispiel hier Büffel ist neu. Durch den Mod dazu gekommen. Und hier Muscheln, die gab es schon vorher. Und Indiana gab es auch schon vorher, logischerweise. So, Wilde getroffen. Deswegen habe ich vorhin Wilde gesagt. Ähm... Na, könnt ihr euch durchlesen. So. Gucken wir mal hier. Ich würde eigentlich ganz gerne an einem Fluss mich niederlassen. Aber wenn es an einem Fluss nichts gibt, außer dämliche Tundra, dann... Gehen wir noch ganz kurz auf den Hügel, um ein bisschen zu spähen. Also ich würde vielleicht ganz gern hier so, oder... Ich weiß nicht. Die erste Stadt habe ich normalerweise immer so eine Nahrungsstadt. Wo ich dann quasi die ganze Produktion bündel. Das ist eigentlich nicht so das Schlauste, aber... Man kann damit leben, sagen wir es mal so. Ähm... Es vereinfacht die ganze Sache halt einfach ziemlich. Und ich glaube, ich siedle mich irgendwo hier in dem Gebiet an. Dann bin ich auch ziemlich nah an Europa dran. Wie wir alle wissen, ist Europa ein gelber Fleck. Äh... Ja, das werde ich später zeigen, wie das funktioniert. Da unten wird es ein bisschen grüner. Vielleicht gehen wir auch da hin. Oder wir gucken hier oben, ob da vielleicht auch ein Indianerdorf direkt am Fluss liegt. Und wenn nicht, dann gehen wir wahrscheinlich an den Fluss. Weil... Da liegt auch eins, aber das sieht trotzdem ganz gut aus. Oh, da haben wir die Portugiesen gefunden. Ich gehe schon wieder hoch, weil ich glaube, da werde ich hingehen. So, den... Scheiße. Den nehmen wir in nächste Runde mit. Solange kann er noch im Indianerdorf bleiben. Ähm... Ich denke, wir werden hier so ungefähr hingehen. Oder vielleicht hier. Mal gucken, ob da noch irgendwo ein Hügel ist. Weil Hügel sind noch relativ wichtig, um... Ähm... Eisen zu kriegen. So, jetzt dreht der Portugiese natürlich wieder um. Ah, Mist, da hat sich der Portugiese angesiedelt. Sieht man hier an der Grenze. Ähm... Ich denke, wir werden da trotzdem hingehen. Wir machen die einfach fertig. So... Nein, jetzt ist der automatisch losgefahren. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. Ähm... Wir können hier noch kurz mit dem Häuptling sprechen. Dann gibt er uns ein bisschen Geld. Und wir haben jetzt erfahren, dass wir in diesem Dorf erfahrene Eisenminenarbeiter ausbilden können. Und, ähm... Dass die Pferde von uns wollen. Und uns dafür besonders viel geben. Also besonders viel Geld im Gegentausch geben würden. Ich warte hier noch eine Runde. Mit dem Schiff komme ich dann im Moment. Das hat jetzt eine Runde verschwendet, aber egal. Ich denke, ich werde hier hingehen. Da bin ich am Fluss. Hab Wasserzugang. Und hab hier noch einen Hügel. Mit dem ich Eisen produzieren kann. Da ist zwar die Indianerdorf direkt nebendran. Aber das nimmt dann halt nur ein Feld weg. Und so viel brauchen wir am Anfang noch nicht. Und früher oder später geben sie uns das dann einfach. Wenn wir zu stark für sie sind. Wir könnten auch... Ne, wir brauchen... Wir gehen da hin. Wir wollen das Eisen. So... Du zurück. Du da rein. Und... Jetzt fährst du hoch. So. Hm, hm, hm. Ja, den Schatz... Den lassen wir einfach mal... Mit in unserer Stadt chillen. Und dann gucken wir auch gleich nochmal die Insel hier an. Weil das interessiert mich jetzt nämlich echt. So. Siedlung gründen. Jetzt regt das die Indianer natürlich ein bisschen auf. Dass wir direkt neben ihrer Stadt. Unsere Stadt gründen. Aber... Sie lassen uns das nochmal durchgehen. Weil wir so hässlich sind. Und... Komplett dreckig. Und nach Kotze stinken. Und so ein Scheiß. Und wir bedanken uns natürlich für ihre... Für unsere... Für ihre Gastfreundschaft. Hey, hey. Das war ein schwieriges... Schwieriger Satz. So. Unsere Stadt heißt La Isabella. Die Städtenamen werde ich... Wahrscheinlich einfach so beibehalten. Wie sie da schon sind. Ganz einfach... Ja, weil ich ziemlich schlecht bin im Namen erfinden. Oder wenn wir irgendwie eine Stadt spezialisieren. So auf Holz oder so. In der nächsten vielleicht Holzstadt oder sowas. Das werden wir noch sehen. So. Als erstes. Was... Wir müssen uns nämlich entscheiden. Was wir bauen wollen. Mit einem Bootsteg. Bekommen wir mehr auf Wassergeländefeldern. Also bekommen wir mehr Nahrung. Andererseits ist das Gemeindehaus gut dafür. Um quasi mehr freizuschalten. Was wir bauen können. Und wir haben ziemlich... Ziemlich schlechte Nahrungssituationen. Äh. Deswegen. Wäre ich wahrscheinlich ziemlich bald dafür sorgen. Dass wir einen Bauern bekriegen. Oder einen erfahrenen Fischer. Ähm. Ja. Das ist halt nicht so geil an der Stelle. Aber... Das wird schon irgendwie hinkommen. Ich glaube wir bauen ein Gemeindehaus. So. Holzfäller. Der sammelt jetzt Holz. Sieht man hier unten. Plus sechs. Und das können wir dann nachher in... Hier Produktion. Steht denn das hier oben? Produktion. Umwandeln. Und... Mit dieser Produktion werden dann hier Gebäude oder Einheiten gebaut. Ja. So. Richtfest. Das kommt immer. Wenn wir die erste Stadt gegründet haben. Könnt ihr euch durchlesen. Und das ist ein Event. Das bekommen wir auch. Wenn wir unsere erste Stadt gegründet haben. Da können wir uns entscheiden. Bekommen wir jetzt. Ähm. Hier. Kreuze. Das bedeutet quasi Immigration. Aus Europa. Die. Eigentlich ziemlich geil ist am Anfang. Um schnell. Ähm. Viele Leute zu kriegen. Dann hier. Ich nenne es mal Glocken. Ähm. Die gibt uns mehr Freiheitsstreben. Also dass wir mehr. Einerseits mehr produzieren in unseren Städten. Und andererseits brauchen wir das um. Später uns unabhängig erklären zu können. Und Nahrung ist halt Nahrung. Das brauchen wir. Damit wir mehr Bürger kriegen. Und dass wir. Ähm. Ja. mehr Leute in unsere Städte reinmachen können. Ich würde sagen. Da wir eine. Ja. Was Nahrung angeht. Jetzt nicht so gute Position haben. Würde ich sagen. Wir nehmen die Nahrung. Obwohl ich normalerweise das nehme. Aber wir nehmen die Nahrung. Dann können wir nämlich auch gleich. Gleich. So. Moment. Dann können wir nämlich auch gleich zwei Leute. In unsere Stadt reinmachen. Das ist ein erfahrener Silberschürfer. Das ist gut. Das ist einfach nur ein freier Kolonist. Der kann gar nichts. Also. Der kann alles so. Ganz gut. Aber nix. Sehr gut. Und ein erfahrener Silberschürfer. Könnte zum Beispiel. Gut. Silber abbauen. Nur haben wir hier kein Silber. Aber das werden wir uns vielleicht merken. Für später. So. Jetzt können wir den zum Beispiel hier reinmachen. Dann bekommen wir nur noch plus drei Holz. Weil der nämlich drei Holz verarbeitet. Dafür dauert jetzt das Gemeindehaus nur noch fünf Runden. Statt fünf zehn. Wenn wir den nochmal rausmachen. Kurz kurz. Oder neunzehn sogar. So. Der bekommt jetzt hier nämlich sechs. Machen wir den rein. Bekommt er nur noch drei. Also bekommen wir nur noch drei Holz. Da steht jetzt zwar plus vier. Aber plus eins ist immer der Basiswert. Also dass man nicht. Quasi ein Bootssteg. Wenn man den bauen wollen würde. Und man bekommt keine Produktion. Dann dauert es ja. Dann geht es ja nicht voran. Dann bekommt man ja null. Quasi. Das dauert ja nur ewig. So. Und ich würde sagen. Von der Zeit her. Machen wir jetzt hier mal kurz einen Cut. Für die erste Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Ciao. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.